Jeden Morgen stehst du auf und gehst deiner Routine nach. Du frühstückst. Machst dich für die Arbeit bereit. Dann bist du eine Stunde unterwegs, vielleicht sogar zwei. Und dann kommst du ins Büro. Und so vergehen Tage und Monate. Ist das wirklich das Leben, von dem du geträumt hast? Es ist an der Zeit, etwas zu ändern. Dein Leben so glücklich und angenehm wie möglich zu gestalten. Etwas Neues zu erfahren. Von den Besten zu lernen. Veranstaltungen zu besuchen. Und neue Bekanntschaften zu knüpfen. Mehr Geld zu verdienen. Das Leben endlich zu genießen. Zu reisen. Dein eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen. Und alle Träume wahr werden zu lassen. Du kannst es schaffen. Schon jetzt. Machst Gerçek. Mach UHyanche. Daher.